Ich gehe weiter, ja, im Köhler, auf einmal ist es da mein Köhler. Bäm, 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 was ist jetzt wieder hin? Da habe ich gesucht, da habe ich gefunden, so ein Kuchen. Bäm, bäm, was steht denn da oben? Ein Regeneriersalzfeld. Ich habe schon gewusst, da gibt es so Tabletten, da hätten sie reingehört, das habe ich eh gewusst. Nein, ich gebe Tabletten meiner Frau geben, ich habe in die Firma gefragt, wo hast du eine Regeneriersalz, oder? Nein? Alle haben jetzt so viel gespielt. Mit Gelato. Ich sage, Freddy, ich weiß ja, was mit mir Los geht, ich habe mir keine Sorgen, wir haben noch ein paar Pädterleid gesunken, da sind wir ganz... Was machst du da? Schung, eine Regeneriersalz§? Freddy, bitte du für Geräte, für Maschinen, ganz menschlich kommt es mir da hin und früh. Wenn du in zwei Sekunden 16, ist das schon Maschine, ja. Ich bitte jetzt keine Scherze, Freddy, bitte. Das ist giftig. Das ist ein Blödsinn, du. Und das giftig war schon als der Sok, da war eben ein Dogen. Lernen, da ist mir anders drüben. Ich habe gesagt, schau, sie zieht dir was über, wir fahren kein Spital, ich wüsste. Zehn Minuten von uns, so. Gott sei Dank hat der Nachbar gerne in der richtigen Fahrt Richtung des Autos rausgesteckt. Ich habe gesagt, Nachbar, Notfall, ich brauche das Auto. Der hat gesagt, hier, warum ich mir meinst. Ich habe gesagt, ich meinspeibst es mir nicht. Gibt es noch kein Blaue Licht auf der Düttergabe geschehen? Ich habe gesagt, das war ein Paarstuf 190. Und ich kenne die Ärzte, ich kenne nicht alle, aber ich kenne einige Ärzte. Der eine, mit denen ich jetzt nicht meinen fremden Namen habe. Ich sage jetzt Gussl, der Gussl, der Herr Primär. Ich komme hinein, hier, mein Servus sage ich, grüß dich, Gussl. Was ist los hier, Gott? Ich habe gesagt, ich habe eine Frau vergift. Er hat gesagt, ich habe auch schon gemacht. Ich habe gesagt, ich habe auch schon gemacht. Was hast du gemacht? Ich habe gesagt, ich habe eine Regionaliasmeer mitgegeben. Ich habe gesagt, bist du Dämpfer? Ich habe gesagt, ja, ich verdien mir mein Geld damit. Nein, was anderes? Ich habe gesagt, wie viele da bleiben? Ich habe gesagt, zwei. Ich habe gesagt, verbirgt der Körper. Ich habe gesagt, wie geht es? Danke aber, wenn du das Wasser brauchen. Vor ihr gehört viel Wasser trinken, viel Späumnis Bier wieder, gell? Danke, aber auch nicht. Vor ihr gehört Sensor-Propose, Lieb. Warum? Sie verkalkt nicht so schnell. Und dann haben wir alle recht. Geht euch daheim, der Nachbub wollte das Auto nehmen. Komm, steige ich aus von der Garage, und sie sagt, Miii, 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 so geschossen, was ist das Schiff wieder los? Hat sie gesagt, nix, du stehst auf der Karte. Das war's nicht so schnell. Danke schön.